auch mann jetzt wurde ich von so einem hüpfball untergeschlagen zum erd hüpfball das war mir klar ehrlich auch mein gott warum musst du auch dort verwenden ja und wie soll ich hochkommen du bist witzbohr kommt doch ganz leicht hoch hier in der mittel das auf dem blog man kommt hoch man sieht man sieht den dünnen schiss habe ich noch modifier ich habe noch modify auf den schubikant ich glaube es nicht kann man denn noch drauf packen da ist schon wieder rein aha skelett runtergefallen das war geil wenn man das nicht sieht smite auto repair emerald quartz knockback blaze moss 2 kann man drauf packen ja oh manne bei mir ist eigentlich hm hm ich weiß gar nicht wie viel ich überhaupt habe ich nutze ja momentan die schubikant noch 72 die reichweite irgendwie erhöhen hm 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 außer mit aktivieren das geht doch von alleine was aktiviert das mal von alleine was aktiviert von alleine die blöcke achso wenn du die dinge hast warum hast du jetzt wieder eins ne ich sag's ja nur weil du meintest dass du erstmal nichts aktivieren soll dann musst du dir das einem manual detekten musste ich nicht ja da liegt wahrscheinlich darin dass du flash bist ja das wird das wohl sein was ich geil bin ne scheiße ich bekomme immer meine extra würste meine extra würstelts ach ich weiß welche blöcke ich nehme einfach hier aus diesen vision und ender dinge hier die blöcke raus das ist ja nicht was ist für die musik hier tschüss ok das kannst du mehr tschuldigen 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 tschuldig tschuldigen tschuldigen ich habe zum zweiten scheiß zombie heruntergebrocke ist sehr dumm m auf das hatte ich zu erinnern merkt so wie ich das problem hatte ok jetzt bin ich hier oben drauf was wir noch haben da schon mal gar nichts vielleicht ganz oben auf der spitze da ist noch was was das hier bist du denn jetzt ja ich bin hier oben auf diesen grünen tor da war ich schon ja interessiert mich gerade nicht weil ich auf die eine seite rüber muss kommen die verbraucht aber scheiße war hier drüben dass das mit torium was ich brauche hallo naja für den engen für den travel ding dann damit gibt es nicht abzubauen aber damit jetzt noch mehr geht doch ach du scheiße ich weiß gar nicht wo ich bin keine ahnung ich hätte uns nur explodieren da seid ihr in dieser scheiß dunkelheit ich glaube wir haben hier eigentlich drin ne ich hab noch ein spawner gefunden ja scheiß noch die spawner grad ne den muss ich abbauen du hast es auch funktionieren wenn das nicht so aus aus also ich hab da soweit alles drin jetzt ja für den stab braucht das stimmt ja cool dadurch schon mal schön genau die beiden sachen die ich brauch als ob hier nix mehr ist können wir in die nächste welt ja rein machen können wir dann habe ich gesagt so das haben wir jetzt nur das einmal brauchen eigentlich nur zwei bahn haben wir den staff auch meine französie ist viel rüstung und viele bogen drin also die nächste quest ist abgeschlossen und in der welt fehlt echt nur noch dieser wir haben die logik press gefunden sind die denn aber ich muss schnell weg ich habe nichts mehr zu ich habe nicht mehr gegessen haben wir alle gefunden oder wird nein die anderen platten auch hier ja war deine aussage damals war gar nicht meine aussage bau das system bisschen bis bald muss noch mal rein ich brauche ich brauche eine gute spitzhacke zumal aus diamanten vielleicht kann die auch abbauen was haben wir noch kobalt level die nämlich mit die wird das definitiv abbauen können mhm 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 mir jetzt noch mal da war denn der mensch bonner gut pulverisieren nicht genug das machen wir auch schon genug von hier ist das nervig mit erkennen muss jetzt sieben attacken